Moin moin und hallo, hier ist der Kabash und ich begrüße euch in einem kleinen Special-Video, wie ihr es ja am Titel bereits erkennt. Wir befinden uns hier auf unserem Minecraft-Server und ich habe hier einfach mal unser schönes MMO-Zone-Banner hingepflanzt, mitten in die Wallachai. Aber deswegen sind wir eigentlich gar nicht hier, das ist zwar wunderschön, denn eigentlich seid ihr ja heute an der Reihe, die gefeiert werden, nämlich ihr, unsere Abonnenten. Denn wir haben vor kurzem, beziehungsweise ihr habt vor kurzem die 900er-Marke durchbrochen, den 900. Abonnenten im Prinzip. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wer es war, wer es persönlich war, passt aber schon. Und jetzt schauen wir uns das kleine Spektakel mal an. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. Ein bisschen Feuerwerk. Wir wollen das ja ein bisschen feiern, also ist ja nur ein kleines Special, kann man im Prinzip sagen. Beim Tausender, da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt, was man da machen kann. Trotzdem möchte ich im Namen von allen Redakteuren von MMO-Zone.de natürlich mich bei euch bedanken. Ja, dass ihr uns die Treue haltet, unsere Videos so fleißig guckt, unsere Seite so fleißig besucht, Kommentare schreibt, Daumen nach oben gebt. Ja, uns teilt und ja, die Nachricht in die Welt hinaustragt, wie gut wir doch sind und wie toll wir das machen, das freut uns natürlich sehr. Ich persönlich bedanke mich natürlich auch bei euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, und dann sehen wir uns schon in sehr naher Zukunft wieder zum 1000-Abo-Special, das dann auch ein bisschen größer ist. Bis dahin, euer Kabasch.